So, jetzt mache ich das hier aber mal mit der Schaufel, damit ich da nicht zu viel weg habe und dann Wasser hier rein rieselt. Wie langsam das doch geht mit so einer Schaufel. Zack, zack, zack. Und wie langsam das dann erst mit der Hand geht. So, dann doch lieber zügig durcharbeiten. Und ein bisschen Löcher in den Boden machen. So, zack, 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 zack. Da weg und das da weg. So, noch mehr Eisen. Und dann ist hinten nur noch diese Wand einreißen. Und Kohle gefunden. Zack, 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 zack. Also wie gesagt, hier sieht man auch sehr schön, Ressourcen abzubauen dauert ein bisschen länger als Stein abzubauen, auch mit der Ultimate Fist. Aber es geht trotzdem deutlich schneller. Dann setze ich mir da jetzt nochmal, warum habe ich die Ressourcen nicht an? Ist sowieso fast kaputt. Helm habe ich gerade nicht, na gut. So, dann baue ich einfach die Ecke hier nochmal mit Kabelstone zu. Einfach damit wir keine Löcher irgendwo oder Hohlräume haben. So, wo ist denn, da geht's raus. Dann mache ich so, 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 so. Äh, nö. So. Ach, ja. Gut. Dann das da noch weg. Was machst denn du hier? Weg. Stopf. So. Äh, da weg. Danke. Zack, 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 zack. So. Dann das stopfen. Hier habe ich Eisen. Zu. Die Löcher zumachen. Und meine Maus will ich schon wieder nicht. So, das hier zubauen. Und da geht mir dann auch gleich das Dingsbums aus, der Stein. Da lasse ich jetzt auch mal, da ist die Höhle offen, weil die ja auch so in der Natur entstanden ist. Aber naja. Hm, 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 hm. Aua. Das gefällt mir auch noch nicht hier. Das muss ich dann auch noch alles ein bisschen ausbauen. Aber wir haben ja Zeit im Let's Play. Okay, dann machen wir halt unsere 300 Parts oder 500 Parts. Und alle sind glücklich. Hier hole ich mir jetzt das Ding raus. Hole mir da nochmal einen raus. Tue, äh, ja. Tue da rein. Und tue den da rein. Das mit den Betten, die ich da hingeklatscht habe, das war auch nur provisorisch, weil Kyoko meinte, die sollen nicht direkt an der Wand stehen. Weil wegen Gegnerspawn eventuell und so, weiß ich nicht. Ah, ja, hier nehme ich jetzt noch einen vom Boden raus. Und das ist dann für den Lagerraum schon nicht gerade klein. Wenn ich mir überlege, wie viele Kisten man dahin tun könnte. So. Da habe ich auch wieder Boden rausgehauen. Das ist ja eine bodenlose Frechheit, dass ich da einfach so einen Boden raushaue. Ach, ja. Ja, Leute, ähm, es ist nicht gerade spannend, hier mir beim Kloppen zuzugucken. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich groß erzählen sollte. Ich könnte jetzt über alle möglichen anderen Projekte reden. Oder meine Pläne oder so. Aber das würden ja dann nur die Leute sehen, die Minecraft gucken. Und alles andere, äh, alle anderen würden die Infos dann verpassen. Was auch irgendwie nicht Sinn der Sache wäre. Aber wen es interessiert und die Leute, die es mitkriegen, die freuen sich. Ich werde wahrscheinlich an einer Super Mario 64, äh, Super Mario 64 Challenge teilnehmen. Auf einem anderen Let's Player, der, äh, die Challenge, äh, ausstellt. Es wird ein Wettkampf sein von einer Anzahl an Let's Playern. Viel zu viele Infos will ich jetzt auch nicht geben. Äh, Fakt ist, ja, der stellt halt diesen Wettbewerb aus. Und es geht halt um Super Mario 64 und ich habe da mal eine Viertelstunde geübt. Und habe mir gedacht, ich werde das auch irgendwann Let's Playen. Ja, wir sind hier jetzt soweit fertig. Jetzt rasse ich da noch die Erde raus. Den Dreck. So, ähm, tu da dann Steine rein. Ja, also ich werde halt an dieser Challenge teilnehmen. Ich werde dann das Ganze auch, äh, verlinken oder ein Infovideo machen, wenn es soweit ist. Und lasst euch überraschen, wie es wird oder was kommt. Lasst euch überraschen, wer gewinnt. Ich muss nur sagen, äh, anhand der Testläufe, die ich gemacht habe, habe ich da keine so schlichte Chance. Obwohl ich das Spiel zehn Jahre ungelogen nicht gespielt habe. Ich habe zwischendurch zwar ein bisschen, äh, angezockt, Glitches ausprobiert und so, aber richtig gespielt habe ich das Spiel seit circa zehn Jahren gar nicht mehr. So, aber, ja. Müssen wir mal gucken. Äh, noch habe ich auch keine Zusage, ob ich an einer Challenge teilnehme. Ich habe gesagt, äh, ich muss das mal gucken, ob das was wird. Also mit mir und meinem Skill und so. Ich habe das angetestet, habe gesehen, ja, läuft wohl ziemlich gut. Und jetzt muss ich da auf genauere Infos warten, wann das Ganze aufgenommen werden soll. Und ob ich denn dabei bin oder nicht. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich da mitmache. Und wenn nicht, freut er euch zumindest auf das irgendwann kommende Super Mario 64 Let's Play. Wobei ich ja schon oft genug gesagt habe, dass da erstmal andere Projekte Vorrang haben. So, jetzt muss ich hier nochmal den Dreck raushauen. Und das Ganze durch Stone ersetzen. Da haue ich immer schon wieder zu viel raus. Ähm, gut, dass ich zwei Stacks Stone besorgt habe. Obwohl, kann ich da auch ohne springen? Ja, klar. So, da. Dann hier überall. Da kann ich aber nur mit springen. Warum ich da jetzt Stone rein tue, weiß ich nicht. Klingt ja auch mit Dreck, weil man es nicht sieht, aber egal. Äh, ja. Mhm, mhm, mhm. Ich finde, der Raum gefällt mir. Der Abstieg hier noch nicht. Da muss ich nochmal gucken, was ich daraus mache. Aber der Raum selber gefällt mir. Äh, nee, den mache ich mal wieder weg. So. Ach, mache ich da eine Zweidruppe, was soll's. Licht. Zack. Zack, 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 zack. Äh, toll. Zack, 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 zack. Da, ähm, da. Da, 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 da und da. Und du verschwindest hier. Zack. So, dann nehme ich aber auch mal kurz die beiden Betten hier weg. Sieht ein bisschen komisch aus. Das Item-Symbol aus dem Eintexturen-Pack und, äh, dann die Textur aus dem anderen Pack. Also die, die, das, ja gut, wie gesagt, das Item-Symbol und dann das, 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 die Block-Textur und so, wisst ihr Bescheid, ne. So, hier baue ich dann eine kleine Treppe hin oder eine Trittstufe. Kleide das da oben dann auch nochmal aus. So, zack. So, mach da jetzt mein Stone hin. Das, das, das. Da weg. Äh, doof. Achso, ja, naja. So, mach ich da mein Stone hin. Das wird so jetzt garantiert nicht reichen. Zwei, eins, null. Hab ich noch einen Stack? Nein, aber ganz viele Stacks Cobblestone. Halt, obwohl, ne, hier ist noch ein Stackstone. Da mach ich mir auch gleich mal hier raus. Ganz viel Holz. Ganz viel Holz. Mach mir daraus ganz viele Kisten. Und dann fange ich da unten schon mal an. Machen wir mal hier eine Doppelkiste hin. Da eine. Da eine. Dann da. Da. Und da. Ach, hauen wir sie alle weg. Ich sag mal, man hat hier einen Platz. Kisten kosten nicht viel. Mach ich mir hier eine Cobblestone-Doppelkiste, die sowieso nicht reichen wird. Ich mach mir drei Cobblestone-Kisten. Pack dann da Stone rein und hier Dreck. Das doofe ist nur, dass sie Schilder nicht stacken lassen, wenn ich das Ganze gleich beschrifte. So. Zack, zack. Zack, zack. Dazu. Da, 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 da. Da, da, da. So. Da dann eine Trittstufe. Äh, was will ich denn hier? Workbench. Trittstufe. Ich hab übrigens vergessen, fällt mir grad ein, die Glowstone-Textur zu, rein zu machen, die mir jemand geschickt hat. Ah, ja. Lassen wir das erstmal, oder ne, weißen wir weg. ist jetzt eine ganze Menge Weizen. So. Dann trample ich hier drauf rum, damit das Ganze wieder normaler Dreck wird. Dann kann ich da nämlich die Dinger drauf, äh, anpflanzen, äh, wo sind sie, äh, zehn. Im Wasser ist ein bisschen was gelandet, so von dem Zeug. Da hinten ist nix mehr im Wasser. Da ist noch was. Aber dann müsste ich doch irgendwo auch noch was haben. Da nicht. Da, seh ich schon, ist nix. Da. Nee. Hab ich echt kein Zuckerrohr mehr? Na gut, bauen wir das halt hier an. Dann brauche ich ja auch noch nicht so viel Anbaufläche, dann reicht das hier erstmal. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Na, du auch noch. Du da. Du sollst zertrampelt sein. Ach, egal. So, jetzt. Dann würde ich mal sagen, äh, jetzt habe ich meinen Nebel umgestellt, egal. Würde ich mal sagen, mache ich mir erstmal hier eine Doppeltür. Zack. äh, zwei, ja. Kann man nicht stacken, doof. Machen wir dann da nochmal ganz viele Kisten. Kisten. So. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Doch. Zack. 14 Kisten habe ich. Ah, nee, mache ich mal einzeln. Hier habe ich noch Cobblestones. Dann mache ich mir eine Wollkiste. Holz, Dreck. Dauert so vielleicht, äh, länger, aber es ist geordnet, wenn ich jetzt alles nach und nach runterbringe. So. Das wird dreimal dann da. Dann war hier Dreck. So, dann kommt, ups, kommt hier das Holz rein. Holz. Sonst habe ich kein Holz. Obwohl, was soll's. Hau ich hier den ganzen Mist weg. Mehr kann ich nicht tragen. Hier war Dreck, da war Holz. Dann kommen hier erstmal allerlei nützliche Items rein. Also, oder nee, mache ich das mal. Doch. Einmal, dann alles, was man so aufsammeln kann. Vielleicht sortiere ich das irgendwann nochmal um, aber erstmal mache ich das so. Dann kommt da Wolle rein. Da ist noch Wolle. Dann habe ich eine Kohlekiste. Hinten in der Ecke. Kohle, Kohle, Kohle. Obwohl, Kohle und Eisen mache ich. Eisen dann da unten. Dann kann das Eisen da auch rein. Dann kann das Eisen da auch rein. Dann habe ich da Essen. Mache ich das mal so. Essen, Essen. Dann sammle ich da oben den anderen Mist weg. Passt alles wunderbar. Ich habe auch wahrscheinlich viel zu viele Kisten, die ich alle nicht vollkriege, aber egal. Dafür hat man so ein Lager. So, habe ich hier noch Kohle. Nein. Schwarze Wolle kommt da rein. Redstone. Das machen das jetzt. Jetzt ist das.